Ich könnte theoretisch auch Zero mitnehmen, wenn mir das mehr bringt. Obwohl, nein, ich glaube, Reichweite ist, obwohl, der kann hoch springen. Nachrichten nehmen wieder Excel. Zero kann ich später noch benutzen. In anderen Levels. Ja, voll die krasse Musik, ey. Und voll der krasse Boss. Der ist übelst groß und er sieht sehr eigenartig aus. Aber wollen wir es mal lassen. Seht euch den Hintergrund an. Ich glaube, da laufe ich dann noch lang. Diesen Hintergrund. Weil der so schön hintergründig ist. Wow, fuck. Ah, nein, ich renne einfach weg. Ich habe Zeit. Äh, ich habe keine Zeit, meine ich. So, bam. Jetzt wird hier aufgeräumt und zwar ganz schnell. Fix. Hat nicht geklappt, aber das klappt. Aber das klappt nicht. Ach man, dann lass mich endlich dich töten. So. Wusch. Nein, fuck. Das wäre knapp geworden. So. Weil ich will ja von dieser Bombe da nicht getroffen werden. Tchou. Bam. Yeah. Wow, was war das für ein übelster Jump. Den habe ich noch nie geschafft. So. So, auf so eine krasse Art und Weise. Egal. Es geht ja noch weiter. Deswegen. Und Vorsicht, Feuer. Bam. Einfach durch. Ja, da hätte ich mich auch vom Feuer treffen lassen können eigentlich. Ist ja auch egal. Bam. So. So. Jetzt rein da. Und zack. Und schon bin ich drüben. Ach. So. Hauptsache. Ach ja, er hat einen EMP-Schock. Habe ich das schon gesagt? Ach, ihr habt es zwar schon gesehen, aber naja. Oh oh, die Energie ist nicht mehr sehr gut. Und hopp und tot. So. Leider kann ich die Energie von der Right Armor selber nicht wieder aufladen irgendwie. Auf keine Art und Weise. So. Ah. Ah. Ja, ja. Oh fuck. Fuck. Schon wieder sowas. Ah, das ist super. Das ist sehr schön. Das ist sehr geil. Da passiert mir nichts und ich töte ihn. Mit so vielen Schüssen. Oh geil. Jetzt kann ich eigentlich das Ding auch gut benutzen. Ich meine, das hat schön viel Leben und das macht auch sonst was her. Sieht auch ganz schick aus. Ach. Ist zwar kein Mercedes, aber es ist eine Right Armor. Und Right Armor würde ein Mercedes locker platt machen. So. Das ist geplant gewesen. So. Und hoch. Schön gemacht. Sehr schön gemacht. Ist hier oben was? Nö. Da sind nur Metals. Metalle. Gedöns. So. Oh fuck. Das war jetzt knapp. Ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Antivier hat sich gemeldet. So. So. Jetzt geht's weiter. Ist die Aufnahme überhaupt. Nee, die ist noch. Die läuft noch. Gut. Schön. Schön. So. Und hopp. Und vorsichtig. Ja genau. Ich hab dieses Ding jetzt nach unten befördert. Und das ist wichtig, weil... Ich muss ja da oben die Dingstars wegmachen. Ah, schön. Das war sehr schön. So. Jetzt kann ich die Dingstars wegmachen. Die Blöcke. Blöcke hießen die. So. Und hier ist eine Markierung. Und dafür benutze ich meinen Crystal Wall. Aufgeladen. So. Dieses Ding kann man nur aufladen, wenn man einen von den Buster Parts hat. Also nicht denken, aha, okay, das mach ich auch so. Nein, dazu müsst ihr aus wahrscheinlich dann Noah's Park das Upgrade haben. So. So, so. Ja, ich töte euch. Ist ja schön alles. Und ist gut. Ihr könnt mich. Ihr könnt mich jetzt mal ganz doll treffen. Tut ihr aber nicht. Bamsen. Bamsen. Nun macht endlich mal... Bleibt mir vom Leibe, Alter. Jetzt. Ah, war doch eine schöne Anzahl an Viechern. So. Jetzt kommt's. Jetzt zeige ich mal, wie das richtig geht. Also wie das gehen würde, was ich da vorhin nicht machen konnte. Weil meine Right Armor schon weg war. So. So. So, ich würde jetzt die Right Armor hier... Autsch. So. Ich würde sie da hoch... Äh, gehen lassen. Irgendwie. Autsch. Autsch. Nein. Die muss nach oben. So, das ist... Die sind weg. Schön. Jetzt müsste die Right Armor dort vorbeikommen. Und ich schaue... Ich hoffe, ich schaffe es. Bitte lass es mich schaffen. Bitte. Bitte. Ja, ich hab's geschafft. Alter, ist das krass. Boah. Jetzt muss ich hier runter... Hey, cool. Ich kann in der Luft schlagen. Aber ich muss durchbrechen. Genau so. Bin durchgebrochen und... Jetzt darf ich erstmal eine Weile... Mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Sagen wir es so. Es geht nicht. So. Damit hätte ich jetzt auch haufenweise Metalle. Und hier haben wir das Rare Metal bekommen. Das heißt, wir müssen nicht nochmal in diese Stage. Sehr schön. Autsch. Egal, was ich mache... Es würde nichts bringen. Äh. Oder? Hä? Nein! Ich komme nicht mehr höher. Schade. Na, okay. Dann muss ich hier aussteigen. Und es hätte mir eh nichts gebracht. Denn durch so eine Boss-Tür kommt eine Raid Armor nicht. Soweit ich das weiß. Also, von daher... Hm. Schlecht. Ach, verdammt. Ich muss ja... Hier. Ich hätte fast noch die Crystal Wall gehabt. Und das ist nicht die Waffe gegen diesen Boss. Das kann ich euch sagen. Bei den meisten Bossen braucht man die Waffe auch nicht. Die sind auch so legbar. Nur halt seine halbes Leben-Attacke, die er auch danach noch machen kann. Na, wie auch immer. Haben wir schon alles gehört. So. Bams. Na komm. Oh, das war schon sehr schön. Das hatte viel Gutes. Der hat nämlich gerade, weil er 25% Leben... Oh, oh. Fuck. Yeah. Ja, Mann. Ich mache die fertig. Alter. Das geht doch jetzt nicht so einfach, oder? Das wäre unfair. Das wäre so unfair. Ah, endlich was. Jetzt mache ich den hier noch. Und dann... Nein! Nein! Fuck it. Los, töt ihn. Oh, schön. Hey, nicht schlecht. Mal wieder so ein ganz knappes Finish. Auch wenn es nicht ganz so knapp erst aussah. So. Und es gab wieder ganz, ganz viele... Äh... Metals. Weil ich einen Boss getötet habe. Ja. So. Und wir haben jetzt zwei Bosse besiegt. Das reicht dann auch für heute. Und ich kann gleich mal dazu sagen, morgen habe ich den ganzen Tag frei. Also am Freitag habe ich frei. Mensch, ey. Freitag. Endlich ist es mal wieder ein Freitag für mich. Äh, ja. Und ich werde überlegen, weil am Wochenende, das ist ja wieder so ein langes Wochenende, da werde ich wohl keine Zeit haben für Let's Plays. Deswegen werde ich wohl am Freitag mehr aufnehmen und das dann über die... Übers Wochenende verteilt hochstellen. Ist doch eine nette Sache, oder? Finde ich super. So. Aber erstmal wird hier ein Spielstand erstellt. So. Bitte schön. Und tschüssi.